Hi und Willkommen zu einem Special Video. Oh ja, das wird euch gefallen und zwar sind mir so ein paar schöne Dinge passiert. Geht vielleicht ein bisschen länger das Video, aber zieht es euch voll rein, gell? Okay, dann können wir wieder retten. Okay. Ich kann das eben nicht schicken, deswegen habe ich jetzt ein Video gemacht und schickt das bei euch beiden in WhatsApp. Ich will kein Porno halten. Apropos Porno. Ein Minütchen weiter und ihr werdet euch denken. Steffen, komm schon, das musst du gar nicht erst versuchen. Okay. 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 Den letzten habe ich nicht bekommen, aber Junge, zwei Schuss, drei Kills und dann nochmal einen durch den Felsen. Also, das müsst ihr euch auch zur Zunge zergehen lassen. Okay. Oo中共. Machen. Im Moment. Okay. Du bist jetzt kein einziger Feind, wo sind die alle? Ich bin nicht im Objekt drin, aber warum nehmen wir das nicht ein? Weil die Grünen mehr haben müssen. Das sind dieses Gebiet? Dafür müssen sie nicht immer im Objekt stehen. Nein, nicht immer. Oh mein Gott, da wasselt jemand im Gras. Oh mein Gott, da wasselt jemand. Heute hatte ich eine Begegnung mit zwei sehr netten Jungs. Und zwar folgt. Oh mein Gott, da wasselt jemand. Na klar, wie Steffen halt ist. Lässt du nicht unterkriegen von zwei Jungs und die ist natürlich sofort wieder los. Nein, so will ich nicht sterben, ich will meine Rache. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.